Ich habe Nelson Mandela im Februar 2009 getroffen und ich habe mich bei ihm bedankt für die Leistung seines Lebens. Ich werde nie seine Selbstlosigkeit vergessen und seine Zielgerichtetheit. Im Namen der Vereinten Nationen spreche ich seiner Familie und dem südafrikanischen Volk und allen auf der Welt unser tiefes Beileid aus. Wir sollten uns von seinem lebenslangen Beispiel leiten lassen. Er hat sich immer für eine bessere und gerechtere Welt eingesetzt.